Heute herzlich willkommen zum Video über mich, naja, oder wichtige Infos, so, wenn ihr seht, so sieht es aus, klein, klein, durch, also, mit der Haut, die Tichtigkeit, ich weiß, ziemlich süß, nein, mein Liebsten, ja genau, mein Liebsten ist ja auch ziemlich klein, ich glaube, ein von mein Liebsten, mein Liebsten ist ja auch dein Liebsten, ähm, genau, also, ich wollte noch nicht die Infos sagen, also, der Panel wird ein bisschen unstrategiert, äh, also, ich werde keinen Live-Stream mehr machen können, für die nächsten 90 Tage, ja, weil ich gesperrt wurde, weiß, und dann wieder gesungen habe, dann die Gruß reingepackt habe, ja, und, hm, und mein Kopf da, in meinem Kopf, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich zur Zeit, ich weiß nicht ganz genau, aber, schau nicht, wenn man nicht da, genau, ähm, in der Beschreibung habe ich noch ein paar Linze eingepackt, wo ihr mich nie von meiner Folgen könnt, um, um Wichtigung wohl über mich zu finden, oder, zu erfahren, oder, was weiß ich, das ist schwer zu wissen, hm, genau, auf Twitch könnte ich rein theoretisch noch einig streamen, aber, das ist eine Sache, äh, ich fange bei euch rein geht es da nicht so gut, ich habe da nicht gerne auf YouTube zugeguckt, deshalb einfach mal gucken, genau, das war es eigentlich schon, ne, so, hm, kannst du auch nicht verkaufen, hm, ne, ja, okay, schauen wir weiter, also doch, 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 Ich werde meine zwei Videos ausbringen pro Woche, also immer Frontbull ziehen, eins am Sonntag mit meiner Party und ab Mittwoch, seit ich heute zwei, äh, seit ich heute übermüsende Spiele habe ich mir gekauft und werde diesen Sonntag, da werde ich zwei, um beiden eins machen, aber ab Mittwoch dann immer, ab Mittwoch und ab Sonntag, als ich mich dann tunge, also versuche ich mich bei mir zu beschaffen, aber möchte machbar sein, weil ich eben keine Eckenreiche nicht mehr habe, bis dann.